Guten Tag allerseits, ich möchte Ihnen heute noch ein paar mögliche Lösungen zeigen zu Übungen, die Sie hoffentlich schon in diesem Semester mal gelöst haben. Wir sind ja nicht dazu gekommen, alles im Unterricht noch einmal anzuschauen, aber falls Sie die Übung gelöst haben, wäre es doch noch sinnvoll, wenn Sie vielleicht Ihre Lösung mit meinem Ansatz noch vergleichen könnten. Ich bin hier auf unserem Git-Server, fangen wir mal an mit den Refactoring-Übungen. Es gibt ja da zwei Repositories, das eine Refactoring ist für .NET 6 und das halt hier, Refactoring .NET 5, ist halt, wenn Sie .NET 5 installiert haben. Ich kann Ihnen sonst schnell zeigen, wie Sie das herausfinden. Am besten machen Sie eine PowerShell auf und geben schnell ein, .NET List SDKs. In meinem Fall sind jetzt beide installiert, das heisst, ich kann das eine oder das andere wählen. Ich gehe davon aus, dass Sie zumeist noch .NET 5 installiert haben und starte bei diesem Repository. Ich stelle mal einen Fork, mache es mal privat und klone das Repository. Ich mache das mal in Visual Studio Code drin, gebe die URL ein und lege es mal hier bei mir hier ab. Ich mache das Repository gleich auf, im aktuellen Fenster, grössere vielleicht noch ein bisschen die Schrift. Und dann können wir uns das Readme hier anschauen, kann es auch im Browser anschauen, aber ich öffne mal hier das Preview, ich importiere auch die Binary Assets. So, jetzt haben wir es in Preview. Hier oben ist noch ein bisschen Theorie zum Refactoring, hat da ein paar Links drin. Das schauen wir jetzt nicht mehr an. Gehen wir direkt zu den Aufgaben. Es geht immer darum, erstens ein Code-Smell zu erkennen, zweitens einen Unit-Test zu schreiben, falls er noch nicht existiert, und drittens dann ein Refactoring anzuwenden und dabei zu prüfen, ob der Unit-Test noch durchläuft. Im ersten Beispiel, diesem Stammbaum, gibt es schon einen Unit-Test, das heisst, wir können uns diesen Schritt sparen. Das ist ein unvollständiger Stammbaum, wie ich gesagt habe im Unterricht. Wir werden jeweils die Nachfahren abgespeichert, ohne dass man beide älteren Teile hätte. Ihr könntet zum Beispiel als eine Erbfolge sehen. Also wir haben diese Dateien, Refactoring-Ordner, Family Member, Heritage und Family Member Test. Family Member, Heritage und dann hier in Family Member Test. Also der Test existiert schon. Schauen wir gleich in den Code hinein. Die Main-Methode verwendet auch dieses Beispiel, die können wir schnell testen hier. Jetzt geschrieben, wie es geht. .net run project refactoring. Das funktioniert noch, ergibt diese Ausgabe hier. Jetzt wird einfach dieser Stammbaum ausgegeben. Jetzt hat diese Klasse Family Member eine Methode getDescendants und die gibt einen Dictionary zurück. Der Schlüssel ist, wie weiss das, der Name des Familienmitglieds. Und der Schlüssel, die Anzahl der Generationen. Also Generation 0 ist oberst. Und dann halt 1, 2, 3 geht es weiter nach unten. Wir haben jetzt nur diese vier Ebenen. Also 0 wäre ganz oben. So, wir schauen mal den Testfall an. Family Member Test. Hier wird ein fiktives Beispiel zusammengestellt. A, B, C, D. Und dann wird einfach geprüft, ob diese GetDescendants alles zurückgibt, was drin sein sollte. Ich füge mal diesen Test noch aus. Einfach jetzt diesem Beispiel. Das funktioniert. Also starten bei funktionierenden Tests, wie es sein sollte beim Refactoring idealerweise. Und jetzt schauen wir uns das Problem an. Konzentrieren Sie sich auf die Methode GetDescendants. Was ist hier schlecht am Code? Und wie lässt sich das Problem beheben? Also das ist unsere Aufgabe. Ich gehe jetzt hier rein ins... Family Member haben wir. Genau. Und diese Cluster eine Methode namens GetDescendants. Und hier soll ein Problem vorliegen. Schauen wir uns das mal an. Also die Methode ist Public. Es gibt ein Dictionary zurück, welches ein Family Member zu einem Int mappt. Der Key ist eine Instanz von Family Member, nicht nur der Name, wie ich es vorhin fälschlicherweise gesagt habe. GetDescendants. Und man kann hier ein Parameter Generation mitgeben. Gehen wir mal in die Main-Methode. Hier wird dieser Stammbaum aufgebaut. Mit den verschiedenen Generationen. Man fängt unten an bei den Kindern. Geht zu den Eltern, Grosseltern und dann noch der Urklossvater hier, der Otto. Der dann zuoberst ist, sozusagen das Root-Element des Trees. Und hier machen wir dann GetDescendants 0. Machen wir mal Family Member auf. Schauen wir, wie das hier verwendet wird. Wir fangen an, bei 0 zu zählen. Und dann bei jeder Generation zählen wir es um eines hoch. Das ist der Zweck dieses Parameters. Also, was passiert hier? Wir erstellen ein neues Dictionary. Und dann gehen die, quasi die Erben hier unter den Kindern durch. In Children. Wir sind ja hier auf einem solchen Objekt. Das nehmen wir an, wir sind auf dem Objekt Otto. Otto, GetDescendants, ja genau, das Root-Element. Ich zeige es mal in Readme. Hier Otto, das Root-Element. Und hat zwei Kinder, Monika und Ned. Und jetzt sollen eben von dem die Nachfahren wissen. Also alle, nicht nur die Kinder, sondern die Nachfahren. Nachfahren sind ja alle rekursiv in diesem Baum drin. Wir nennen das Erben, also gehen die Erben durch in den Kindern. Und dann fügen wir die entsprechende zu mit einem Generation plus 1. Und dann auf der nächsten Ebene wieder eine For-Each-Schleife. Gehen wir die Grosskinder durch und nehmen die Kinder vom Erben als nächste Stufe. Fügen das wiederum hinzu. Und dann noch eine Schleife, wo wir dann die Urgrosskinder durchgehen, also die Urenkel. Die Frage gemäss Readme ist ja, haben wir sie, konzentrieren Sie sich auf die Methode GetDescendants. Was ist hier schlecht am Code und wie lässt sich das Problem beheben? Sie sehen hier, Sie haben geschachtelte Schleifen. Und Sie erkennen wahrscheinlich, dieser Code funktioniert nur, wenn ich genau so und so viele Ebenen habe. Wenn ich weniger habe, würde ich weniger rausgeben, das ist nicht das Problem. Aber sobald jetzt diese hier unten noch Nachfahren hätten, würde es nicht mehr funktionieren. Da müsste man einen weiteren Vor-Loop einbauen. Und Programme sollte man ja so schreiben, dass sie mit allen Eingaben zurechtkommen, welche die gleiche Struktur haben. Und ob jetzt ein Baum 3, 4, 0 oder 100 Ebenen hat, sollte eigentlich nichts zu tun haben mit der Struktur des Codes. Weil der Code sollte so strukturiert sein, dass er mit allen Bäumen umgehen kann. Also, und hier wäre die Idee, dass man das eben rekursiv programmiert. Was wir im Moment machen, wir gehen einfach die Children durch. Und das ist ja korrekt, müssen wir ja eine Stufe runter. Das Problem ist aber dann, dass ich hier unten dann die Kindes-Kinder explizit nehme. Aber wir haben ja schon diese Methode GetDescendants. Das heisst, ich kann eigentlich bei den Kindern einfach diese Methode aufrufen und bekomme dann rekursiv alle Nachfahren. Es genügt völlig, dass ich eine Stufe explizit runtergehe und dann alle weiteren Stufen mir über diese GetDescendants-Methode hole. Also, Tests haben wir. Das heisst, wir können eigentlich direkt anfangen zu programmieren. Jetzt müssen wir überlegen, welchen Code brauchen wir. Also über die Kinder iterieren, das brauchen wir, richtig. Kinder hinzufügen. Ja, ich denke, das brauchen wir auch noch mit der nächsten Generation. Jetzt diese Vorschleife hier. Hier wird schon problematisch, weil ich hier explizit auf die nächste Stufe, beziehungsweise auf die übernächste Stufe gehe. Ich schlage jetzt mal vor, dass wir diesen Code mal auskommentieren, dass man noch etwas nachschauen könnte bei Bedarf. Wir löschen den natürlich dann vor dem Commit. Okay, ich habe jetzt hier die Kindesgeneration, füge ich hinzu. Völlig korrekt. Und jetzt will ich als nächstes alle Nachfahren der Kindergeneration. Und dazu verwende ich rekursiv diese Methode GetDescendants, des jeweiligen Erben, also des Kindes. Also, machen wir das mal ein bisschen explizit. Dictionary, wieder genau die gleiche Datenstruktur. Family Member Int. Und sage dann dem Child Descendants. Kann man vielleicht noch verbessern nachher. Und dann rufen wir einfach auf diesem Erben Ihr GetDescendants auf. Das Parameter gehen wir mit. Generation plus 1, wenn es mir recht ist. Das zählt dann selber wieder hoch. Und jetzt müssen wir das nach unserer Liste hinzufügen. Family Member Descendant in Child Descendants. Ich hoffe, es funktioniert so. Und füge dann meinem Dictionary das entsprechen hinzu. Also der Key ist der Descendant. Und der Value ist dann Child Descendants. Eben diese Generation, die es dann dort hat. Jetzt sehe ich gerade, ich habe da ein Problem. Ich nehme an, ich muss da über die Keys iterieren. Jetzt scheint das Problem weg zu sein. Also, und den Code lösche ich gleich hier. Ich sehe gar nicht, was ich noch nachschauen müsste. Und führe jetzt einmal diese Tests aus. In der Hoffnung, dass es noch funktioniert. Es klappt immer noch. Also war mein Refactoring erfolgreich. Machen wir noch einen manuellen Test. Von diesem Beispiel hier unten. Topnet Run. Das gibt eigentlich wieder das gleiche aus, wie vorher. Das funktioniert. Also habe ich meine Methode hier refactored. Jetzt können wir natürlich noch überlegen, ob die Namen gut sind. Es geht Descendants, es bleibt mal so. Descendants sind alle Nachfahren. Dann der Erbe. Ich glaube, wir das Erbe nennen sollten. Können wir vielleicht einfach Child nennen. Gut. Descendants add Child. Generation plus 1. Child Descendants finden Namen nicht schlecht. Und dann Descendants. Find da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Das ist jetzt unbenannt gespeichert für den Test zur Sicherheit nochmal aus. Sollte eigentlich alles klappen. Wunderbar. Das hat funktioniert. Und dann gibt es Status. Family Member geändert. Gibt div. Zeigt uns jetzt an, was alles geändert hat. Sehen wir ein bisschen Code gelöscht. Wissen hat zugekommen. Wir haben noch einen Loop weniger da. Man quitt. Gibt es. Add Refactoring. Family Member. Jetzt eine schlaue Message. Message Refractored Get Descendants. Use Recursive Approach. Also wir wählen einen rekursiven Ansatz, um das Ganze zu machen. Pushe das gleich. Gut. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen Vorteil zeigen. Habe gesagt, beim Refactoring ändert man nicht das Verhalten. Wichtig ist, damit ist das getestete Verhalten gemeint. Das soll alles noch funktionieren nachher. Jetzt habe ich aber eine allgemeine Lösung gefunden. Das heisst, es werden jetzt auch mehr Ebenen unterstützt. Die Funktionalität hat eigentlich geändert. Also es ist besser geworden in einer bestimmten Beziehung. Probieren wir jetzt mal hier eine neue Generation einzufügen. Family Member. Nehmen wir mal einen John hier. Und der Rest, wie gesagt, John. Und jetzt müssen wir noch schauen. Vorfahren hier. Ah nein, man legt die Kinder ab, wenn es mir recht ist. Genau, das ist okay. Und sagen wir einfach mal, Alin hat hier diesen John bekommen. Das ist eine Liste hier. Formatieren wir das noch. So, jetzt formatiert. Schauen wir mal, ob das auch funktioniert mit dieser weiteren Generation. Ja, wir sehen, John ist jetzt Generation 4. Unsere Lösung funktioniert rekursiv. Und ich kann es noch einen Schritt weiter treiben. Nehmen wir eine Jen hier. Und dann der John hält jetzt die zur Tochter. Und das müsste dann immer noch klappen. Jetzt sehen Sie, wir sind noch eine Stufe tiefer. Und müssen unseren Code aber nicht anpassen. Das ist das Schöne an rekursiven Datenstrukturen und rekursiven Algorithmen. Ja, ich denke, damit haben wir die Übung gelöst. Der Code wurde verbessert. Die Lösung ist jetzt allgemeiner, ist auch eleganzer. Und die Tests funktionieren nach wie vor. Es gibt hier noch eine Zusatzaufgabe. Man kann noch die Beziehungen von oben nach unten zu unten nach oben ändern. Was eigentlich typischer ist. Ich lasse das jetzt weg. Es hat eigentlich nicht so viel jetzt mit dem Thema zu tun. Es ist hier eine Fleissarbeit. Ja, von daher, das wäre es mal von diesem Video. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Und ich hoffe natürlich noch mehr, dass Sie auf eine ähnliche Lösung gekommen sind. Bis dann. Ja, denωmer. מ